Aberakadabra! Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbara's Rabababa. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbara's Rabababa erfahren und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rababababa. Barbara war im ganzen Land für ihren Abartigpunkt die Rababakuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbara's Rababakuchen ohne Wenn- und Abergar eine geradezu magische Erfahrung war. Aberakadabra! Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbara's Rabababa. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbara's Rabababa erfahren und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rababababa-Baren.